Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Grisou und den Draktür. Wir sind gerade aufgewacht und versuchen uns in dieser neuen Welt zurechtzufinden und durften ja schon in der ersten Folge gegen gefühlt alles verstoßen, für das wir letztendlich erschaffen wurden. Also so richtig klar kommen wir hier noch nicht und müssen mal schauen, ob das besser wird. Ihr nennt das eine Uniform? Aber es wird schon mal schlechter hier, jetzt werde ich auch noch mies weggedisst. Das innere Feuer. Ihr seid ein Rufer, Grisou und gehört zu den Besten der Besten. Elite-Soldaten wie ihr haben die Fertigkeiten all unserer Werns gemeistert. Ich erwarte einiges von euch. Auch wenn eure Erinnerungen ausgelöscht wurden, fließt die Macht der Drachen durch eure Venen. Nutzt sie. Einer eurer mächtigsten Waffen ist der Atemangriff. Das innere Feuer wird stärker, je länger ihr einatmet. Die Insektenschwärme hier auf unserem Übungsfeld sollten passende Ziele abgeben. Zurück zum Training. Okay. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Und Akanes Eindringen. Das Leuchtfeuer vor uns. Ich bin mir sicher, es war noch nicht da, als wir eingesperrt wurden. Zauberei ist nicht meine Stärke, aber ich erkenne Akanemagie, wenn ich sie sehe. Dieselbe Magie hat der blaue Drache in dem Hort angewandt. Er sagte einen Namen. Malygos. Er hört sich so vertraut an, aber die Lehren des Erdwächters scheinen wie in weiter Ferne. Bruchstückhaft. Falls uns dieser Malygos in Stase versetzt hat, wurde vielleicht auch dieses Arcane Leuchtfeuer auf seinen Befehl hin platziert. Untersucht den Bereich und meldet euch wieder. Vergewissert euch, dass mit dem Leuchtfeuer keine gegnerischen Verstärkungen herbeigerufen werden können. Blei, das Leuchtfeuer pulsiert vor Magie. Es könnte dazu dienen, uns einzusperren oder ein Signal zu senden. Ja, darum hauen wir es erstmal kaputt, oder? Damit es hier nicht mehr ganz so schön und natürlich aussieht, sind auch wir Drakteur letztendlich nur Menschen. Oh, ein unbekanntes Signal, das hauen wir direkt kaputt und verkaufen die Splitter bei Bares Ferraris. Oh, eine seltene Insektenspezies, ja was sollen wir tun? Wir töten die erstmal und hängen die uns über den Kamin, oder? Wunderbare Sache. Ah, ihr müsst ja gar nicht bestimmt viele töten. Oh, sondern ihr müsst ja nur die unterschiedlichen Stufen üben, ne? Bäm! So, Nummer 1. Und dann können wir hier mit diesen Kristallen resetten. Und dann sagen wir, Bäm! Nummer 2. Ey, ich bin der größte Atmer, der je gelebt hat, Freunde. Ja, so sieht es aus. Alle verneigen sich vor mir. Und wir sind der Elite-Elite-Soldat. Wir haben also all diese Werns gemeistert. All diese Spezialisierungen, wenn man so will. Wir können direkt kämpfen, wir können ein bisschen schleichen oder den Gegner eben aus dem Himmel überfallen, ne? Schleichen. Weiß ich nicht, ob das noch was wird in diesem Leben. Und wir können auch heilen. Ja, also wir sind hier als Spieler diejenigen, auf denen natürlich die gesamte Hoffnung ruht. Und darum sind wir ein bisschen krasser und fallen aus diesem Konzept wieder raus. Gut. Ihr erinnert euch an euer Training. Haltet den Kopf unten und die Lungen vor Luft. Ihr habt eure Befehle. Nice. Ja, wer es eben vielleicht nicht richtig gesehen hat, ne? Man kann hier wirklich bei den Trakteur, falls ihr euch mit denen noch gar nicht beschäftigt habt, wir sehen dort unten den Angriff unterschiedlich stark aufladen. Natürlich umso länger man den auflädt, umso stärker dann der Effekt. Aber je nach Situation natürlich auch nicht immer möglich, ne? Deswegen muss man da auch so ein bisschen abwägen. Nun wollen wir aber gucken, was es hier mit diesem Leuchtfeuer auf sich hat. Mehr Magie? Oder mehr Magie? Oder beides? Oh. Damn. Zwei unbekannte schwarze Drachen. So, so. Und die Echsenmenschen greifen an. Diese verdammten Facebook-Mitarbeiter sind mittlerweile wirklich überall. Kann man nicht anders sagen. Okay. Wir haben einiges in Erfahrung bringen können. Wir werden beobachtet und die anderen Vans, die kämpfen hier bereits um ihr Leben. Und da haben vermutlich andere Kämpfer ein bisschen bessere Chancen als die Heiler. Ja, insofern sollten wir schauen, dass wir uns als Trakteur hier wieder vereinen können. Und hier werden schon die bestellten Kisten geliefert, Alter. Der Amazon-Drache ist auch dabei. Dicht gefolgt vom Zalando-Drachen. Gucke, der geht schon wieder ins Lager. Wir sind der Schild der Trakteur. Ja, ja. Ist ja bald Weihnachten. Hier, guckt euch den an. Ach, du Scheiße. Da sind die ganzen iPads drin. Läuft bei uns. Arkanes Eindringen. Azuratell hört konzentriert zu, als er ihm erzählt, was sie erlebt hat. Also wurden auch vor den anderen Horten Leuchtfeuer platziert. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Wir müssen sie erreichen. Die Trakteur will... Da kommen sie! Sterbt, Trakteur! Glutal! Jo! Dem Erdwächter sei Dank. Wir benötigen ihre Weisheit. Der Tod aus dem Himmel. Und da wird gar nichts weiter jetzt zu gesagt. Wir schweigen uns einfach an, wenn ich sie nicht anspreche. Ja, so ein Elite-Soldat bin ich, Leute. Die Elite-Fangen wir an. Elite. Die Flügel ausbreiten. Es ermutigt mich zu sehen, dass so viele dem Kriegssort entkommen sind. Mein eigener Wern hatte nicht so viel Glück. Glutal steht einen Moment schweigend da. Es gibt noch weitere Horte, überall auf der Insel, voller Trakteur in Gefahr. Es wird stärkere Flügel brauchen, um sie zu erreichen. Konzentriert euch. Erinnert euch an das, was ihr gelernt habt. Bekommt wieder ein Gefühl für den Wind. Ihr müsst eure Stärke wieder erlangen und zu den anderen Horten fliegen. Die Zeit für Ruhe ist vorüber. Wir werden... Schön euch zu sehen, Glutal. Aber wo ist euer Wern? Ich bin erwacht. Die übrigen Trakteur? Nicht. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Möge man sich ihrer Namen erinnern. Oh, sie haben sogar feste Floskeln. Und ich kann nicht mitmachen. Ich habe keine Liste mit den Namen bekommen. Naja. Wir werden die Opfer auf unsere Art und Weise ehren. Und zwar mit einem schönen Flug. Irgendwelche neuen Entdeckungen? Lasst uns eure Flugausbildung mit Segeln beginnen. Bewegt euch einfach, sobald ihr zu fliegen beginnt, nach vorn, als würdet ihr gleiten. Der Unterschied ist, dass ihr schneller werdet, während ihr euch in dieselbe Richtung bewegt. Versucht durch die Ringe zu segeln, die ich heraufbeschworen habe. Es könnte ein paar Versuche brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Das ist meistens so. Und das wird auch, das wird auch mit dem Drachenfliegen natürlich so sein, wenn es dann richtig losgeht mit Good Old Dragonflight. Aber auch da gibt es ein schönes Tutorial und ist natürlich irgendwo Übungssache. Also wer da vielleicht noch Angst hat, da habe ich viele gelesen, die erst ganz am Anfang sagten, Haha, da krache ich ja runter wie ein Stein. Und umso mehr sie davon gesehen haben, umso leiser wurde das Lachen dabei. Also, Freunde, das ist Übungssache letztendlich, ja. Da wird jeder im ausreichenden Rahmen zumindest mit zurechtkommen. Und, was ich festgestellt habe, ich selber habe solche Features, wie auch dieses Rumfliegen hier. Wirklich sehr unterschätzt, dachte ich, hä, weil wollen die hier mit dem Rumgefliege, ja. Und hatte dann unglaublich viel Freude damit. Deswegen hoffe ich, das wird bei vielen ganz ähnlich sein. Ja, du bist ja aber mein Ausbilder. Was ist denn das für eine Ansage? Okay, als nächstes steht der Sturzflug an. Versucht beim Fliegen eure Nase nach unten zu richten. Während des Sturzflugs werdet ihr ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen. Zieht eure Nase wieder nach oben, bevor ihr auf den Boden knallt, um die Beschleunigung mitzunehmen und all die Energie zu verbrauchen, die ihr während des Sturzflugs angesammelt habt. Ja, seht doch mal, ob ihr alle Ringe erwischen könnt. Versucht es gern, so oft ihr wollt. Zurück zu meinen Berechnungen. Ja, dann der Mathematikdrache. Hatte ja leider nicht so viel Zeit für uns, dann starten wir halt einfach so. Ja, Mann, schön durchgeflogen. Boom. Lieber durchfliegen als durchfallen, würde ich sagen. Gibt es auch Durchfalldrachen? Wenn die ihren Atem entfesseln, dann drehen die sich aber um, weißt du. Das ist ganz unangenehm. Nein, hallo, distanziere mich. Was haben wir noch, das fortgeschrittene Fliegen? Die Draktür sind bereit. Vielleicht habt ihr ja mal bemerkt, dass ihr in der Luft eigentlich, nicht eigentlich, sondern gelegentlich, einen Schub nach vorne bekommt oder aufsteigt. Diese kurzzeitigen Effekte können euch einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub oder zusätzliche Zeit in der Luft verschaffen. Benutzt sie sparsam, denn ihr könnt sie bei jedem Segeln nur begrenzt einsetzen. Probiert es jederzeit aus. Bleibt standhaft. Okay, ich bleibe fliegen. Yay, okay, da soll ich rüber. Und wir gucken, dass wir unsere Fähigkeiten nutzen hier. Einmal so und einmal ein bisschen nach oben. Wow, das war fast zu krass. Junge, ich kenne meine eigene Kraft nicht. Ich bin einfach zu heftig. Fangen wir an. Ihr kommt schneller dahinter als ich damals. Aber ihr habt ja auch die Rufa-Ausbildung abgeschlossen. Ich dagegen habe versucht, mich als Diplomatin zu spezialisieren. Ja, direkt zurückgerudert, ne? Boah, ihr seid ja viel krasser. Aber ich hab heute auch einen schlechten Tag, ne? Klare Himmel und starke Winde. Trainieren, wie wir kämpfen. Durch Ringe zu fliegen, hilft die Grundlagen zu erlernen, aber wir trainieren so unerbittlich, wie wir kämpfen. Versucht nun, ein wenig in der Umgebung zu segeln, bis ihr den Bogen heraus habt. Natürlich müsst ihr auf die Wildtiere achten und eure Augen nach möglichen Gefahren offenhalten, aber deswegen trainieren wir ja. Meldet euch bei Glutal zurück, sobald ihr bereit seid. Viel Glück! Diplom, klare Himmel und starke Winde. Ich finde das so nice, wie sie hier auch ein paar Sprichworte richtig angepasst haben. Sowohl bei den Tuskar, mit denen wir auch in Dragonflight wieder interagieren werden, als auch hier bei den Draktür. Ich weiß nicht, sowas macht so ein Volk, so eine Kultur immer ein bisschen greifbarer für mich. Ich mag das sehr. Oh, das zählt schon als Übung, ich bin schon fertig, okay. Das war ja eine richtig kranke Übungssession, Leute. Boah, ey. Aber wir können auch ein bisschen rumsegeln. Habt ihr mitbekommen, dass es einen Hotfix gab? Also, vielleicht reden wir erstmal über das Problem. Das Problem war, dass Draktür eine unglaublich hohe Dropchance auf die begehrten Weltboss-Mounts von beispielsweise MOP hatten, weil, das war ja Klassenloot, der da häufig droppte. Und das wurde wohl für die Draktür irgendwie nicht optimiert. Das heißt, deren Loot-Tabelle hatte Gold und die Mounts. Ja, so habe ich es mir bisher erlesen. Kann sein, dass die Tage noch ein bisschen was anderes dazu rauskommen. Aber das sorgte eben dafür, dass sie da hin sind und haben zuhauf die Mounts bekommen. Und Blizzard hat dann so reagiert, dass sie jetzt generell die Dropchancen von Rukma für diesen Sonnenfalken, vom Schar für die Wolkenschlange, von Galleon für den Sohn und so weiter. Na, all das haben sie ordentlich gepusht. Ey, ein Tuskerdorf. Was geht, ihr Eumel? Hallo, hier möchte ich landen. Wie schön. Schaut mal. Siedler der Tusker. Jetzt wird dieser Tag interessant. Kümmert euch nicht um uns Fremdling. Wir sind gerade erst angekommen und bleiben lieber für uns. Schnelle Beute. Baby Tusker, schön. Hat es sich schon mal gelohnt, hier rum zu wuseln? I like. Und ja, dementsprechend, Freunde, wenn ihr noch die MOP-Mounts farmen müsst oder seit 20 Jahren durchgehend dabei seid, könnte jetzt ein bisschen besser laufen, ne? Was habt ihr zu berichten? Denn Blizzard selber hat geschrieben, ich glaube, die genauen Dropchancen sind jetzt nicht klar, aber Blizzard selber meinte, sie haben die drastisch erhöht. Ja? Die Chancen sind drastisch erhöht. Hm? Das ist schon eine Ansage. Die Zeit wird knapp. Ein Sturm zieht auf. Dient ehrenhaft. Kaldera, der Heiler. Eure Vision vom arkanen Leuchtfeuer hat offenbart, dass Straktyr in ihren Horten eingesperrt sind. Wir können es uns nicht erlauben, noch mehr unserer Leute zu verlieren. Glutal hält mit gerunzelter Stirn inne. Die Heilschwingen sind die besten Heiler in unseren Rängen. Ihr Hort liegt innerhalb der Caldera der Heiler. Glutresch kennt den Weg. Lass niemanden zurück, Rufer. Klavishian kundschaftet den Hort der Schwarzschuppen aus. Glutresch und der Champion werden die Heilschwingen aufsuchen. Pflegt vorsichtig, meine Freunde. Drachen lauern überall. Aber wie belasten wir, ne? Vorhin haben wir noch groß debattiert, ob wir den bösen, uns beleidigenden blauen Drachen töten können. Weil eigentlich war das Motto, Drachen sind Freunde, kein Futter. Und jetzt, ja, ja, Vorsicht, Gefahren überall. Schon fürchterlich, oder? Wacht man in so einer Welt auf? Hat so viele Unsicherheiten? Und dann kommt nachher ja auch noch die Info, dass Neltarion verdorben wurde und getötet wurde und nichts mehr so ist, wie es war. Bis auf die uralten Gefahren, die immer noch sehr, sehr heftig drauf sind und uns immer noch alle vernichten wollen. Geil. Neltarion würde uns sich vorknöpfen, sähe er dieses Chaos. Wenigstens eine Konstante. Yay, ich freue mich voll. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Viridia führt die Haie schwingen an. Falls sie verloren ist, weiß ich nicht, was ich, äh, was, was sie ohne sie tun werde. Warte, was? Was ich, was sie ohne sie tun werden? Ach so. Ah, ich verstehe. Ja, die mögen sich. Hm, Drachenliebe, Freunde. Und darum war Glutresch gerade in Gedanken. Was soll ich ohne sie tun? Er hat sich dann aber an ihren Posten als Schuppenkommandantin erinnert. Und Gefühle, ha, Gefühle sind nur was für diese sterblichen Eumel. Hör mal, ja, wir brauchen die. Wir brauchen nämlich Heilung. So sieht's aus. Okay. Die Heilschwingen brauchen uns. Los jetzt. Yo. Dann einmal rüber. Drache erwache. Und wir machen schön die Flatter hier mit dem neu errungenen Speed ab. Und wir sehen auch hier, ist die Natur nicht untätig geblieben. Die holt sich ja alles zurück. Fehlt nur noch diese Löwenzahnmusik und dann brechen hier die ersten Blumen durch. Das wäre bestimmt auch nicht im Sinne von Todesschwinge. Wir haben Verwundete. Aber das ist er im Sinne von Todesschwinge. Ja, ja. Schön alles übern Haufen Metzeln. Ihr nennt das eine Uniform? Seht nur all die Verwundeten. Drinnen sind noch mehr Heiler. Wir müssen ihnen helfen. Ihr habt eure Befehle. In den Bau. Ah, es geht in Knass, Leute. Prison Break, aber mit Drachen. Was auch immer das für ein Gift ist, das sich in diesem Hort ausgebreitet hat, das ist stark genug, selbst unsere besten Heiler auszuschalten. Das verheißt nichts Gutes. Weder für mich, noch für euch, Grisou. Aber das spielt keine Rolle. Dort sitzen Dractyr in der Falle. Wir gehen rein, egal wie riskant. Atme tief durch und folgt mir. Es war eigentlich nur ein Gächtes, das alles im Sinne von Todesschwinge oder damals Neltarion ist, ne? Ja, Glutrash? Wir müssen uns hier jetzt nicht irgendwie in den sicheren Tod stürzen. Alles. Veredia. Veredia? Seid ihr hier? Achso, wir brauchen ja die Heilung. Ja, ja. Natürlich. Für so ein bisschen Heilung kann man sich mal in den Tod stürzen. Sieht ja gar nicht unheilvoll aus hier, oder so. Guck mal, sogar der Wächterdrache hier, der Blaue, der diesen Hort bewachen sollte, ist schon zusammengefallen. Und es sind nur noch die Grippe übrig, aber wir gehen weiter, bis sie Luft anhalten, oder? Dann wird er schon. Dürfen uns mal nicht so anstellen. Käfer, die uns fressen, hey, passiert. Normaler Montag. Ja, Freunde, das war es mit den Dractyr. Ganz ruhig, Glutrash. Fast. Ruhig. Wer... Wirredia? Ich... Wir sind euch gefolgt. Sch... Ich weiß, ihr seid so mutig und töricht wie immer. Vor allem ist sie selber noch halb am Abgräbeln. Ich bin stolz, anderen zu dienen. Gut, ihr seid wach. Wirredia röspert sich. Wir benötigen jetzt die Fertigkeiten eines Rufers. Helft anderen, wenn ihr könnt. Ein giftiges Problem. Ihr erholt euch schnell, Grisou? Gut. Diejenigen, die meinem Hort entflohen sind, heilen, aber es sind noch immer welche im Inneren gefangen. Wenn ihr hineinstürmt, um sie zu retten, werde ich euch nur wieder herausziehen müssen. Rund um die Caldera liegen Käfernester verteilt. Ihre Giftdrüsen könnten ein Mittel sein, um die Wirkung dieses Gifts zu neutralisieren. Ich bin nicht dazu in der Lage, sie selbst einzusammeln. Ich muss auf eure Fertigkeiten vertrauen, Rufer. Gebt auf euch acht. Und leichte Beute. Die Wildnis rund um den Hort beheimatet Skittiden. Sie sind gefräßige Insektuide, oft territorial und aggressiv. All die Verwundeten würden für diese Bäschen leichte Beute abgeben. Ich will nicht, dass wir unsere Heiler angreifen, während sie sich erholen. Aber danach ist okay, ne? Tötet so viele von ihnen wie möglich, während ich mich nach Viridia umsehe. Sie ist sehr tapfer. Ihr werdet gleich knutschen, oder? Bisschen Drachenzungenkuss, alter wunderbare Sache. Zurückzieht euch hin, Viridia. Und ruht euch aus. Unsinn. Mir geht es bestens. Oh. Aber kommt möglichst schnell mit den Giftdrüsen zurück. Dann werde ich mich mal beeilen, wa? Wir scheinen nicht ganz so viel Zeit zu haben hier. Ich gleite schon. Ich bin unterwegs. Ich würde ja super gerne in diesem Notfall schnell rübersegeln. Aber ich habe leider noch 30 Sekunden Cooldown. Was hast du? Ja, Cooldown. Der wahre Held. Der Elitärste der Traktiker, ne? Er muss laufen, weil er hat Cooldown, Leute. Die Flügel, die sind gerade noch ein bisschen verspannt. Die müssen wir erstmal lockern, ne? Mit so ein bisschen Zumba. Mit so ein bisschen Ausdrucksstanz. Ja, ja. Und nein, selbst die Schäfchen haben Angst vor diesen verdammten Gottesanbetenden. Aber eigentlich muss man auch keine Angst vor denen haben. Es sei denn, man hat sich mit denen gepaart. Dann snacken die ja gern mal den Kopf von ihrem, ne? Partner. Ja. Partner nennen wir das mal. Die lieben sich dann innig, ja? Und dann sagt er, ha, Gabi, die Gottesanbeterin. Ich habe noch nie ein so schönes Wesen gesehen wie dich. Und sie nur so, nom. Bruder, romantisch, ja? Romantischer wird es heute nicht mehr. Ja, insofern haben wir hier drüben noch diese Quest mit diesem wundervollen kleinen Tuscar. Der wartet dort auf uns. Und dem müssen wir natürlich auch noch helfen, ne? Mein kleiner, was hast du Schönes zu erzählen? Mama sagt, ich kriege größere Zähne als ein Mammut. Ah, der Tonno. Die haben so schöne Stimmen, oder? Okay, tschüss. Tschüss, die lieben auch so ein bisschen wegen den Sturzszenen. Haha, finde ich klasse. Oh, wer seid ihr? Ja, Halper. Ich brauche Halper. Halper, Halper. Ich bin Tonno und war auf Erkundung. Da bin ich gut drin. Aber ich habe nicht bemerkt, dass meine Schwester Coe mir gefolgt ist. Ich brauche eure Halper, sie zu finden, weil sie in Schwierigkeiten ist. Also habe ich eure Halper, bitte? Sie ist in diese Höhle gegangen, aber sie ist im Verstecken nicht so gut wie ich. Und unsere Eltern sind zu weit weg. Könnt ihr sie finden, bevor es die Monster tun? Später Drachen steigen lassen? Ja, auch jetzt, oder? Deine Schwester wird schon da drin ganz gut zurechtkommen mit diesen menschenfressenden Insektoiden. Geil. Ich werde mich hinter euch verstecken, aber passt bloß auf, dass die Monster mich nicht sehen. Ja? Ja? Oh Gott. Ja, der Drachenmensch hier, der wird mir schon weiterhelfen. Leute, damit sind wir gut vorangekommen. Werden in der nächsten Folge sowohl ein bisschen Halper leisten für die Tusker hier. Ja, und dann diese miesen Insektoiden ausmerzen, damit wir dann den grünen Drachen hoffentlich weiterhelfen können. Oder den Drachen, tschüss, wir müssen ja ein bisschen differenzieren jetzt hier. Ja, Dragonflight Lore und so. Wilde Nummer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau's.